Der Teufel und der Mensch. Jede Ähnlichkeit mit einer anderen Geschichte ist nicht rein zufällig. Hallo, ich bin Jense Christ. Diese Geschichte ist eigentlich nie passiert, Kinder. Aber wahr ist sie trotzdem. Denn in der Bibel, wo über den Teufel berichtet wird, steht, dass der Teufel die Menschen versucht. Auch wenn die Geschichte, so wie ich sie gleich erzähle, sich nicht zugetragen hat, so versucht der Teufel auf ähnliche Art den Menschen trotzdem. Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst, gerade als der Buchwalzen blühte. Die Sonne war im Himmel aufgegangen und der Wind strich warm über die Stoppel. Die Lerche sang hoch in der Luft. Und die Bienen summten im Buchwalzen. Die Leute gingen zum Gottesdienst, in die Kirche. Und alle Geschöpfe waren vergnügt. Auch Adam. Er stand vor seiner Tür, hebte die Arme in den Himmel. Und er hatte seine Augen geschlossen. Dabei sang er ein wunderschönes Anbetungslied, so gut und so schlecht, man alleine so ein Anbetungslied halt singen kann. Während er Gott in ein Anbetungslied lobte, fiel ihm plötzlich ein, er könnte doch, während Eva und Gott sich unterhielten, ein bisschen in Feld spazieren gehen und nachsehen, welche Früchte so in den Garten wachsen. Der Garten mit den Früchten, welcher auch der Garten Eden genannt wurde, war in der Nähe seines Hauses. Und Gott hatte ihn erlaubt, alle Früchte bis auf eine zu essen. Gedacht getan, er schloss die Haustür hinter sich zu und schlug den Weg zum Garten Eden ein. Er war noch nicht sehr weit und wollte gerade um den Schlehenbusch herum, der vor den Garten Eden stand, als er eine Schlange erblickt, die auch in den Garten Eden wollte, um nach den Früchten zu schauen. Als Adam die Schlange sah, wünschte er ihr einen guten Morgen. Die Schlange aber, welche sehr mächtig war und deswegen auch extrem eingebildet war, hat Adam total ignoriert. Wie kommt es, dass ein solcher Loser hier in diesem Garten herumlaufen darf? Ich gehe spazieren, sagte Adam. Spazieren? Die Schlange zischte. Du hast nicht das Recht, hier spazieren zu gehen. Diese Antwort kränkte Adam sehr. Alles kann er vertragen. Aber wenn ihm jemand das Recht, was ihm Gott gegeben hat, abspricht, nur weil er von Natur aus ein Sünder ist, das ging entschieden zu weit. Du bildest dir wohl ein, du bist mehr als ich von Gott geliebt, sagte er. Das will ich meinen, sagte die Schlange. Nun, das kommt auf einen Versuch an, meinte Adam. Ich wette, dass wenn wir einen Wettstreit machen, wer von Gott mehr geliebt ist, dann bin ich das. Du mit deinen vielen Sünden, sagte die Schlange, das ist ja zum Lachen. Aber wenn du so große Lust hast, was ist der Wetteinsatz? Ein Leib Brot und ein Krug Wein, sagte Adam. Abgemacht, sagte die Schlange. Schlag ein, und dann kann es gleich losgehen. Nein! Wart doch ein bisschen ab, meinte Adam. Ich habe noch gar nichts gegessen. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen was frühstücken. In einer Stunde bin ich wieder hier. Mit diesen Worten verabschiedet sich Adam. Und die Schlange war zufrieden. Unterwegs dachte Adam bei sich, die Schlange verlässt sich auf ihre Macht. Aber ich will sie schon kriegen. Sie ist zwar eine mächtige Schlange, aber doch extrem eingewildet. Und das soll sie bezahlen. Als Adam nach Hause kam, sagte er zu Gott. Gott, ich habe ein riesiges Problem. Und ich befürchte, niemand kann mir dabei helfen. Was gibt es denn? Fragte Gott. Ich habe mit der Schlange um ein Leib Brot und ein Krug Wein gewettet. Dass ich von dir mehr geliebt werde als sie. Und das ist aufgrund meiner Sünden unmöglich. Verzweifel nicht, Adam, begann Gott zu beruhigen. Ich habe einen Sohn und dieser wird deine Sünden auf sich nehmen. Somit wirst du deine Wette gewinnen. Das ist unglaublich, Gott, sagte Adam. Ich verstehe nicht, dass du so etwas Großartiges für mich tust. Adam war so von der Liebe Gottes geflasht. Und es begann eine innige Beziehung mit Gott. Als sie miteinander unterwegs waren, sprach Gott zu Adam. Nun pass auf, was ich dir sage. Dort drüben, beim Baum der Erkenntnis, soll der Wettstreit beginnen. Jesus, mein Sohn, wird in deinem Herzen wohnen. Und wenn die Schlange kommt und dich versucht, dann ruf ihr entgegen. Ich bin ein Kind Gottes. So kamen sie zum Baum des Lebens. Und Jesus füllte das Herz von Adam komplett aus. Als Adam zum Baum der Erkenntnis kam, war die Schlange schon da. Kann es losgehen? Fragte sie. Jawohl, erwiderte Adam. Okay, lass uns beginnen. Und Adam stellte sich auf, um Gott zu loben. Die Schlange zählte. Eins, zwei, drei. Und los ging es. Die Schlange wollte mit ihrer Macht Adam niedermachen. Sie redete Adam ein, dass er nichts wert wäre, dass ihn keiner liebt. Aber Adam erwiderte nur, ich bin Kind Gottes. Als die Schlange das reine Herzen von Adam sah, war sie total verblüfft. Denn sie wusste nicht, dass es eigentlich Jesus war. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, rief die Schlange. Ich fordere dich noch mal heraus. Und wieder begann die Schlange, Adam zu versuchen. Aber Adams Antwort war wieder, ich bin Kind Gottes. Die Schlange war ganz außer sich vor Ärger und schrie, noch einmal, noch einmal. Ich fordere dich noch mal heraus. Meinetwegen, gab Adam zurück. So oft du Lust hast. Die Schlange forderte den Adam 666 Mal heraus. Und Adam hielt immer mit. Und jedes Mal, wenn die Schlange ankam, sagte Adam, ich bin Kind Gottes. Die Schlange versuchte es noch ein letztes Mal. Doch Gott hatte keine Lust, sich das noch weiter anzuschauen. Er nahm die Schlange und warf sie in einen Feuersee. Adam aber aß sein gewonnenes Leibbrot und seinen Krug Wein. Zusammen mit Gott und Jesus in seinen Herzen lebte Adam noch weiter im Paradies. Und da er nie gestorben war, lebte er noch heute. So geschah es, dass die Schlange durch Jesus besiegt wurde. Und seit jeher wurde nie wieder Adam von irgendjemandem auf die Probe gestellt. Die Lehre aus dieser Geschichte ist erstens, dass keiner das Recht hat zu sagen, du bist nichts wert. Denn für Gott bist du unendlich wertvoll. Und zweitens, dass du, wenn du Jesus in deinem Herzen aufnimmst, die Schlange, welche für den Teufel steht, besiegen kannst. Mit Jesus in deinem Herzen hat der Teufel keine Macht über dich. Also, nimm Jesus mit deinem Herzen an und werde Kind Gottes. Gott segne dich.